Ich fürchte mich vom Teufel nicht. Es gibt einen. Ich hör. Es muss einen geben. Mein Großvater, sein Bruder, war ein Wucherer. Dem ist er erschienen. Auswendig schwarz, inwendig rot, mit dem roten Beutel voller Gold. Na, dann wird er sich doch nicht gespreizt haben. Der Wucherer nicht, aber der Teufel hat nicht an Bissen. Er hat gesagt, den kriege ich auch so. Das ist halt wieder ein Zug, der mir gefällt am Teufel. Ich selber habe ihn nie persönlich gesehen, aber mächtlichen Teufelspuk habe ich genug erlebt. Ja, wegen dem Brandwein. Es war eine Zeit, wo ich den lebendigen Teufel... Hör auf! Du bist schrecklich. Wirkst das jetzt erst. So. Jetzt ist es soweit. Ich bin einer von denen, die man arme Teufeln heißt.